ja hallo zusammen da bin ich wieder mit deinem let's play zu star wars cd power battles und genau wartet mal das hängt so und genau wir waren ja beim letzten mal hier bei diesem boss angelernt und wir wollten den erst platt machen dann würde ich sagen jo machen wir mal weiter dienstag vor weihnachten noch mal einen schönen boss hier und wie was wie was gemacht hatten beim letzten mal war nämlich schon richtig das war nämlich schon richtig so leute und ja einfach hier ausweichen und er hat wie jeder boss hat er hier auch drei phasen also dreimal treffen müssen wir den so jetzt schmeißt er hier noch mal seine kanal ist alles okay die leute dann hier sagen machen wir mal wieder freut mich dass wir dass wir hier dabei sei bei star wars cd power battles und wir sind nämlich schon am level ende angekommen beim letzten mal das war eine lange schlacht hier bis wir hier zum level ende kamen und ja dann einfach ausweichen einfach in bewegung bleiben einfach in bewegung bleiben so okay ein bisschen macht eingesetzt so weiterhin weitermacht bis er nicht mehr kann denn er kann doch irgendwann nicht mehr man muss einfach nur hier weiter drauf war lang so ob salat und ja liebe leute willkommen zurück wann geht denn als star wars dann würde ich sagen wir machen wir mal weiter soweit genau jetzt fängt dann nämlich an ordentlich zu ballern so und das ist unsere chance hier so verdammt kommt schon und er fängt gleich wieder an hier zu ballern und hier und und weiter drauf hier so seht ihr da der verliert schon seine körperteile hier so jetzt geht jetzt dreht er nämlich am rad jetzt dreht er nämlich am rad auch mit seinem laser schwer laser kram hier das glaube ich jetzt die letzte phase von dem sehr cool sehr cooler boss und hier weiter drauf hier los und weiter drauf ja scheiße die leser schüsse die machen so viel schaden und hier verdammt nicht mehr hat nicht mehr gepasst aber gut so leute und direkt hier drauf da los doch drauf so genau und da hinten ist eine macht ja gut da habe ich jetzt verkackt da war ich zu weit weg okay egal der wird nämlich jetzt langsam böse und hier drauf los ey so zack der ist nämlich fast kaputt seht ihr der ist fast im arsch er kann nicht mehr lange und ja genau jetzt ist er nämlich jetzt macht er nämlich den hier der bewegt sich nämlich während der seinen laser macht und das ist uncool aber der kann nicht mehr schau ich das an zack das war's leute das war sehr schön aber level 3 geschaffen leute so energy award machen wir mal macht stärker kombo erwart macht ihn ich habe meine selbst so leute dann würde ich sagen jetzt mal ins nächste level palast von tit ein inside level nicht mehr gespannt so wir sollen die königin finden und sie von den droiden beschützen ja gut das kriegen wir hin das kriegen wir hin leute da stehen sehr viele droiden wie immer ja gut dann schießt halt machen nichts doch jetzt gut dann weg mit dir so weg mit euch hier so leute dann auch ihr hier weg so leute dann würde ich sagen machen wir mal weiter wie gesagt kurz vor weihnachten habt ihr schon alle eure geschenke ich wir haben sie schon und da bin ich mal gespannt wie es euch so an weihnachten geht jetzt hier auch in diesem jahr diesen corona jahr und erzählt mal wie ihr weihnachten feiert bei uns wird es auch in einem kleinen kreis werden aufgrund der aktuellen lage und ja das ist halt momentan so was schade was ich finde ist einfach dieses jahr das ist dieses jahr kein silvester das ist das finde ich extremst schade unter dem deckmantel infektionsschutz also ich weiß nicht wie viele ruhen sind denn hier jetzt noch gibt es bestimmt ein secret oder so nein hatten wir aber da hinten noch irgendwo ein oder dieser raum war schon nicht der raum der war schon echt krass muss ich sagen hier ist sogar noch einer hier sind sogar noch mehr mann hier alter schwede ich komme ab so 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 alles klar die ist auch noch hoch aber ich habe keine macht mehr okay egal na komm schon komm schon so ich muss mich mal wieder ein bisschen dran gewöhnen hier dass sie auch immer so viele sind das sind so viele gegner hier boah schau dich das an vier stück vier stück ey das ist ja wohl nie wahr genau ballert euren kollegen ab dankeschön ja toll einmal treffen und ich bin tot ne einmal noch treffen und ich bin tot ja ach nochmal gibt es hier keine heilung oh gott sei dank gott sei dank ey so dann aua ey ah ach verdammt ey so und hier ach man so und zack so sehr gut hier sind noch mehr ach du was ist das denn für einer da was ist das denn für einer was ist das denn für einer was ist das denn für einer da ey so was ist das denn für einer das ist ein anderer droide okay ein anderer droide ach du heilige ey äh 350 punkte ey da hinten warten sie schon auf uns hier tss ich glaube auf der anderen seite ist noch ne heilung oder so ne wartet mal das ist schon übel ja wie viele droiden hier rum stehen ey ist hier nicht noch ne heilung ach ist noch ne heilung oh gott sei dank ey so ey 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 du bist da so und gut dann weiter geht's hier eure laserwaffen ziehen mir so viel ab ziehen mir so viel ziehen mir so viel ab ey so ach man ich bin schon wieder fast tot ne ich bin schon wieder fast tot das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht äh ja was soll ich jetzt machen hier ich bin auch super viel tot ich bin super viel tot ach man ich kann doch nicht da hoch ey oh falling damage na toll und nochmal von vorne toll scheiße na gut egal ähm da würde ich sagen so Schritt für Schritt hier nicht immer so viele auf einmal hier gibt's nämlich keinen keinen unverletzbarkeits seid ihr ey man ist immer verletzbar äh alter Schwede ey das ist so übel hier so ihr nervt blöde Droiden so Leute ey die wehren aber auch alles ab ne das ist die wehren alles ab so und jetzt hör doch ja klar hör doch mal auf hier alles ab zu wehren so äh ihr seid die nächsten ja klar so gut jetzt die wehren so gerne ab die Droiden das ist unglaublich ok ok so ok der ist schon mal weg gut dann kann ich ja na komm so so und weiter drauf hier los ey so na ist klar dran weiter hier los ach du heilige geh mal weg der hat doch überlebt ey ey der wehrt der wehrt der wehrt alles ab hier nicht wahr absolut nicht wahr ey so macht die brauche ich puh das sieht doch schon besser aus das sieht doch schon besser aus das sieht doch schon besser aus als beim letzten mal so und hier was war das denn ach man Leute ja ach du heilige ok ja komm dann keine Ahnung dann hier so und dann hier so und zack sehr schön wer ballert da jetzt noch oben hier 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 der ja zack 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 und ach verdammte kacke ja wir müssen die königin finden kommen aber noch nicht mal über die vorhalle hinaus also das ist gerade ein bisschen viel hier an Gegnern so wir sind wieder voll geheilt das sieht doch schon besser aus das sieht doch schon definitiv ein bisschen besser aus als beim letzten mal wenn jetzt nicht wieder einer hier nicht komplett ja schieß schieß so das war's das war's das war's achtweilige so und zack zack hier auch wieder so gut achtweilige das sind drei Stück ach drei stück hier boah verdammt nochmal so ach man so 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 okay Leute wir sind wieder voll das fast so er ah hier da ist doch irgendwo einer in der Wand keine Ahnung da ist noch einer gut dass man die anvisieren kann so oh ok und zack oh die Blume kaputt gemacht schau euch das an wir können die Blumen kaputt machen wie cool wie cool ey so und dann hier ach jetzt geh doch mal kaputt so das gibt's doch nicht der wehrt alles ab ne der wehrt alles ab das ist unfassbar ok gut ach nein da hinten der so ok gut alles klar so und hier und du gehst noch sterben so du gehst auch sterben da hinten so so kann man hier rein ah geil man kann hier rein cool mega Lichtschwert ach du scheiße jetzt kommt der ne so ok ach du heilige so so ok puh das Lichtschwert hab ich auch gebraucht ey äh äh so ey wie du Penner ach Gott so meine Güte die Droiden Droidenpack so dann haben wir da hinten haben wir auch schon mal äh was ist das denn ach du heilige what so ok nochmal ein mega Lichtschwert doch nochmal so und nochmal ey ey so der währt alles ab der währt alles ab wie soll ich den in der Platt kriegen so so jetzt und dann die wehren alles ab unfassbar aber gut Leute äh das sieht doch schon mal gut aus was haben wir hier noch drin irgendwas keine Ahnung gut Leute dann hab ich jetzt mal einen kleinen Safestead hier gemacht und ach du heilige ach du scheiße oh Gott ne gut dann muss ich jetzt warten bis der eine hier im Arsch geht ey so äh hui hier legts aber hier legts aber ein bisschen ach du heilige okay okay so dann hua 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 ach du scheiße huaa hua Leute hua hua das ist ja wohl nicht wahr ey so so ach du heilige ey so Ah, geile Mucke. So, dann geht's mal... Och, du Heilige. Da kommen noch zwei. Okay. Und... Und weg mit dir. Cool. Okay. Oh nein. Droidikas. Scheiße. Droidikas, Mann. Scheiße. Och Gott. Okay. Okay, alles klar. Ich weiß schon Bescheid hier, ey. So, da hinten ist noch... Danke. Ein Leben, ja. Ach, Mann. Boah. Was zur Hölle. Puh. Alter Schwede. Oh. Oh. Ey. Keine Ahnung. Hatte ich schon einen Checkpoint? Nö. Okay, dann hier. Scheiße. Ach. Droidika. Och. Ach, Mann. Leute, ihr seid doch bescheuert. Ihr seid doch bescheuert. Echt blöd, ey. Das ist doch krank. Das ist doch echt krank hier. Ja, toll. Schon wieder. So. So. Boah. So. Puh. Puh. Okay. So. Den einen habe ich gleich. Boah. Den einen habe ich. Okay. Boah, ey. Die schießen aber auch so oft. So. Den anderen habe ich jetzt auch. Okay. Gut. Dann. Dann. Oh. Heilige Kacke. Und weg mit dir. So. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Die wehren aber auch alles ab. Die wehren alles ab. So. So. Puh. Okay. Gut, Leute. Ich brauche mal einen Checkpoint oder so. Ach du. So. Oh Mann, ey. Ich brauche. Ich kriege aber auch keinen Checkpoint. Ach. Ey. So. Putz. Okay. Sehr schön. Ähm. Leute. Ich brauche mal einen Checkpoint. Genau. Machen wir die Bäume im Arsch. Oh Mann. Ah, verdammt. Na gut, dann, dann baller einfach. Und jetzt, genau. Puh. Alter Schwede, ey. Hier ist auch noch kein Checkpoint. Abgrund! Fuck. Da ist ein Abgrund gewesen. Oh man, hier sind Abgründe. Das ist doch unrealistisch. So. Äh. Das ist doch unrealistisch mit diesem Kack-Abgründen. Ich hasse Abgründe in den Spielen. Ich hasse Abgründe einfach. Da ist der Checkpoint. Wow, okay. Da oben ist auch noch einer drauf. Da oben muss ich glaube ich sogar hin. Oder was? So, Checkpoint habe ich jetzt. Gut, das ist schon mal gut. Dann hau ab. Boah, ey. Wo kommt der denn noch einmal her, da hinten? Wo kommt der denn her? Wo kommst du her, sag mal? So. Okay. Äh. Dann hier. Na dann, komm. Dann geh ich einfach so weg. Oh man. Puh. Okay. Oh Gott, das wird jetzt. Ach, ist wieder so ein Sprung hier. Okay, gut. Puh. Okay. What the? Ach du heil. Boah. Alter Schwede. Äh. Äh. Ich hab kein Leben mehr. Du Scheiße. Okay. Okay. Oh. Aha. Aber ich kann die hier mit dem Machtstoß wegmachen. Das ist schon mal gut. Leute. Äh. Hallo? Hey. Geh mir nicht auf den Piss hier. So. Okay, dann muss ich die da hinten nochmal erledigen, ne? Die haben sich geresettet hier. Was soll das denn? Die haben sich geresettet. Okay. So. Und dann hier wieder. Mann. Nervlich. So. Damit ich hier in Ruhe hoch kann. Uff. Scheiße. Was war das denn, ey? So. Dann geh mal weg. So, du auch. Und du auch. Und dann hier. Ah, verdammt. Nein. Oh. Oh. Alter Schwede. Oh, das Ding ist kaputt gegangen da. What? Och, Mann. Ey. Diese Sprünge. Das ist so unfassbar, ey. So, dann hier. Dann hier. Dann hier. So, dann. Oh, Mann. So, hier kann ich rein. Nö, kann ich nicht. Ach, du Scheiße. Oh, Mann. Ey, Leute. Jetzt kommt hier so eine Abgrundpassage. Ich hasse Abgründe. Mann. So, dann muss ich die da hinten jetzt nochmal. So, und dann hier. Ja, genau. Dann hier. So. Dann ballert einfach. Weil du mich verkackt eiern oder was hier. So, nichts da. So. Okay, gut. Okay. Dann einmal hier hoch. Dann einmal hier drauf. Genau. Ob dieser komische Roller oder wie der sich das anhört. Genau. Gut. Das hört sich an wie ein Roller. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das hört sich an wie so ein Erox-Roller. So. So. So, okay. Alter Schwede. So. Okay, ich bin schon mal hier oben. Das ist schon mal gut, ey. Und dann hier. Zack, zack. Korrektal. Alter. Ich möchte gerne Roller. Ach, verdammt. Ah, toll. Ich habe aber hier ein Safe-State gemacht. Ach, alles gut. Ach, drei. So. Okay. Gut. Alles klar. Alter. So. So. Okay. Du Roller. So. Der Roller ist im Arsch. Keine Ahnung, was das war. Ey. So. Und tschüss. Sehr schön. Oh, gut. Leute. Dann hoffe ich jetzt, dass ich da direkt hochkomme. Verdammt. Gut. Zum Glück habe ich hier gespeichert. Tatsächlich. Oh, Alter. Okay. Gut. Gut. Zu tief darf man also nicht fallen. Gut. Boah. Okay. Alles klar. Dann ist der weg. Gut. Boah. Okay. Gut. Kann ich jetzt hier rein? Ich kann jetzt hier rein, oder? Oder ist da ein Abgrund? Na, das sieht nach Abgrund aus hier. Jetzt muss ich hier rechts hoch. Ach, ach du. Ui, 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 ui. Okay. Okay. Na, dann. Dann mach mal. So. So. Genau. Weg mit dem. Ich kack. Und weg mit dir. So. Ach, du Heilige. Tschüss. Weg mit dem einen da. So. Okay. Und dann hier nochmal. Der andere ist auch weg. Sehr schön. Und dann schieß halt. So. Wunderbar. So. Kann ich da hinten noch hin? Ah, da muss ich sogar hin, oder? Da muss ich sogar hin. Ach, du Heilige. Okay. Na gut. Okay. Alles klar, dann. Immer diese Roten. Die Roten, die nerven mich. Die Roten, die nerven mich richtig. So. Jetzt aber. Weg mit dem. Alles klar, liebe Leute. Dann. Palast von Tietje. An dieser Weihnachtsfolge tatsächlich. Also an dieser Vorweihnachtsfolge. Und ich sehe schon, die Folge ist gerade voll. Gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lassen wir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Er würde mich sehr freuen. Und... Ja. Oh, einen Moment. So. Und, äh, ja. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Er würde mich sehr freuen. Und, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschö, tschö. Und, ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.